Nehmt diese Krieger! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Schuss und... Sehr schön! Und hier! Nehmt das Gold! Nehmt das Gold! Wer kommt noch dazu? Wir müssen ja noch ein bisschen was hier machen! Kann er nicht einfach... Oh! Emilia Black hat ein Vorrat an Knochen-Gardenmusketen entdeckt, die den Fernangriff verbessern! Wunderbar! So! Das ist jetzt meine Nummer eins! Zack, zack! Oh! Hier! Der geht direkt zu den Jungs runter! Und hier! Macht den Blatt! Macht den Blatt! Das kleine Viehlein! Was ist denn? Ja, ist doch erledigt! So, was kriegt Emilia Black jetzt? Ein weiterer Wagen ist aus den Minen gekommen! Ist es wahr! So, komm! Was kriegt denn wir? Emilia Black hat das legendäre Auge des Ornlu im Wert von 200 APs geborgen! So, hier geht's weiter! Nehmt diese Männer und vertreibt die Soldaten! Genau! Nehmt diese Männer und vertreibt die Soldaten! Kommt Männer! Kommt hier mit! Ja! Einen Schuss! Und! So! What is your command? Attack! I'll do it! Erstmal holen wir uns den Wagen! Bling, bling! Jack, jack! Und den schicken wir direkt hier runter! Und... Ich bin bereit! Ne, warte mal! Die 1! Die 1! Die 1! Da drauf! Und der Wagen! Hier hin! Das müsste doch funktionieren! Jawoll! Funktioniert! Los! Mach kaputt! Das ist ein Dreckstink! Das wäre da wohl gelacht! Ja! Und was haben wir gewonnen? Ja! Drei Plankler! Die nehmen wir mit! Oh! Wir sind aus der Mine schon wieder raus! Das ist aber sehr eigenartig! Okay! Wo geht es hier lang? Ha! So! Hier! Sehr schön! Da haben wir doch den Wald als Schutz genutzt! So liebe ich es, wenn ein Plan funktioniert! Hier! Da sind noch... Oh! Da sind noch zwei solche Kunden! Da können wir noch ein bisschen platzen! Jawoll! Und das Waffenlager, bitteschön! Das müssen wir zerstören! Und hier, was ist hier? Aha! Okay! Können die vielleicht direkt da durchlaufen? Das wäre natürlich... Geil! Was ist denn das hier? Ah! Oh! Und was ist das? Achso! Das mache ich gerade platt! Gut! Was ist Ihr Kommande? Attack! Es sollte für die Waffenlager der Knochengarde reichen! Dass man das platt macht! Ja! Ich werde es machen! So! Und weiter geht es hier, Jungs! Ich werde es machen! Gehen wir doch hier rein! Ja! Ich habe keine Chance! Null Chance! Null! Null! Und die hier... Die können direkt hierher kommen! Und die machen die gut! Immer aufschauen! Einen nach dem anderen! Komm! Und hier! Gucken wir uns mal von nahen an! Haha! Geil! Die nächsten! Die hat ein Vaterschuss! Achtung! So! Macht man das! So! Macht man das! So! Und du kannst hier runter! Halt! Halt! Die 1! Attack! Und dann müsste es doch... Reiß die Palisaden runter! Wieso können die da durchgehen? Und die... Die Internen sind da anders gelaufen! Das kapiere ich nicht so ganz! Aber was soll ich... Wir sind gerettet! So! Die 3 nehmen wir noch mit! Right! I'll do it! Okay! Schiffs! Und? Ziele angucken! Hab ich gemacht! Hab ich! Hab ich! Und das werden wir auch gleich machen! So! Nehmen wir das mal! Diese Krieger werden euch unterstützen! Okay! Dann unterstützt uns mal! So! Hier! Schuss! Und nochmal! Schneller, schneller, schneller! Schneller, schneller! Oh! Jetzt war es knapp! Jetzt war es knapp! Jetzt war es knapp! Es sah alles so einfach aus! Ha! Sehr gut! Das neue Dien! Das neue Dien! Den hier! Muss ich mal mal ranzoomen! Das fetzt das ja nicht! So! Okay! Dann den hier! Wir fangen hier vorne an! Dann den! Okay! Der nächste! Dann der! Der hier! Hahaha! So schön konzentriert und auf ein Ziel! Der nächste! Jawohl! Dann hier! Und dann! Und dann! Und hier! Hahaha! Los! Primäres Ziel entdeckt! Suchen und bergen Sie die Karte der Seminolen! Und? Suchen und bergen Sie die Karte der Seminolen! Alles klar! Hier! Rund! Check! Achso! Hier! Ihr seid die Eins! Wer hat aber gelacht! Anscheinend ist Beaumont geflohen! Ja! Ja! Aber schaut euch das an! bin alle! Untertitelung des ZDF, 2020